Krassoyanische Schissen von Blasen Astroiden, das war immer mein Lieblingslevel das war schon gefühlte 15 Jahre her aber ich denke mal das werden wir schon die Schissen kriegen genau jetzt kommen wir nämlich in diese Sicht sagt sein Kollege das hast du dir wohl so gedacht, wa? Weltei Na, die kommt automatisch Alter was, 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 come on, come on uah, alter Kollege zack mh, kleinen Boost noch dazu zack, uah, das ist ja meiner aah den hab ich zwar gesehen, aber da hat mein leicht angetrunkener Schädel sich gedacht schön, dass du das siehst interessiert mich jetzt gerade aber nicht uah, noch einer, sehr gut alter, was da los ja, wenn sie es hier drehen sehen, dann liegt es daran, dass ich mich drehe wow alter, fuyu ja, ich hab ja, ich hab also bisher gab es noch keine Störungen alter, fick dich ja, das war gerade zu viel für mich wie gesagt, da passt das mehr mit den gefühlten 15 Jahren ja 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 ja, fix halt hier so ein Stück und durch die kannst du kaputt machen, die anderen nicht äh äh, eigentlich nicht, hat er bestimmt einer auf den Sack gekriegt gerade das Ding ist, wenn du wenn du dich heizt kannst du dir auch Pants of the Buns Pants of the Buns Piu 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 ah, scheiße f*** dir Gona zack, noch einen kleinen Boost hinterher wo fuck dir Gunna perder gut wo seg saku spit Ja, da sieht schon mal schön ein zusammengereimt. Uua, Alter! Oh, wie er ausweicht! Wie er trotzdem noch die Leben wiederkriegt! Oh, Alter! Wie er sich drehen kann! Wie viel er auch saufen kann! Oh, der ist Dage! Der ist Dage, komm und dann hab ich schon zum schwarzen Loch! Ja, ich sag du schwarzes Loch! Ja, Black Hole! Oh, Alter, was da los? Voll dann vorbei! Zack! Grab it, thanks! Oh, Alter! Pew, pew, pew! Alter! Pew, 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 pew! Pure Action die ganze Zeit! Ja! Meine lieben Kinder der... Nach der 2000-Wende! Das war noch Qualität! Das sag ich dir! Und Action vor allen Dingen! Oh, Alter! Nicht so wie hier, hier immer nur U-Porn und... Red Tube! Wow! Das war Action... Alter! Fick dir Gunnar! So, den musst du dazwischen schießen! Ha! Zurück! Ha! Zurückgeschossen! Ha, 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 ha! Da war das nicht gerechnet, ne? Eddie Erpel! Ha, ha, ha! Paz! Alle weg! Alle auf einen Streich! Zack! Zack! Auch nochmal weg! Alle auf einen Streich! Wow! Fick dir Gunnar! Zaaack! Ha, ha, ha! Da hat dir der Pimmel mal gezeigt, wie senkrecht er sein kann! Ob da... Ja! Senkrecht schon schon! So, dann übergebe ich mich mal! Now it's time, Christian! Ja, dann... Wollen wir mal gucken... Ich bin quasi nur ein Steiger... Ich bin quasi nur ein Steiger... Ich bin quasi nur ein Steiger... Ja... Ja... Bin sehr gespannt... Ich spiele dieses Spiel jetzt zum ersten Mal... Und, äh... Werde mal gucken... Was ich tun kann... Mit meiner... Mit meiner... Ja... Ah... Ah... Bekannt ist ja... Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm... Bei manchen ist das andersrum... Wollen wir mal gucken... Hauptsache die Route fährt aus... Ja... Das ist wichtig... Und die Torpedos funktionieren...